Liebe Leute, willkommen zurück zu Shutover Light. Wir springen rein und machen weiter. Ich muss mal eben schauen. Haben wir noch ein bisschen Munition? Ja, das sieht ganz gut aus. Jetzt gucken wir mal, was hier ansteht. Wir haben Waffentransport, Essensversteck, Lebensmittel. Das haben wir noch. Genau, das machen wir mal. Dann haben wir definitiv Essen mit 99, noch mehr Essen mit 80 und noch mehr Lebensmittel für ihn. Let's go! Mischornak. 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 Gerade eben zum ersten Mal davon gehört, dass bei den Olympischen Spielen 82, als Deutschland gegen die Sowjetunion gefechtet hat, der Deutsche da wohl so stark durch die Maske des Gegenspielers geschlagen hat, dass der Degen abgebrochen ist und dann durch sein Auge ins Gehirn und der dann daran gestorben ist. Heftig. Auf jeden Fall heftig. So, jetzt gucken wir mal eben. Das ist auch alles, was hier verfügbar ist. Da haben wir einen Feind. Der ist genau da hinten bei den Gebäuden, ganz klar. Hier haben wir nur den einen. Kommt zurück. Der ist schwer gepanzert. Also nichts mit schleichend erledigen. Sondern vielleicht besser mit der Waffe oder komplett vorbeigehen. Da ist er. Kommen wir hier vielleicht durchs Haus? Hier geht's nur nach oben. Wir schauen mal eben, ob wir hier ein bisschen was finden. Aua, 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 aua. Irgendwas ist hier im Gebäude. Ja, irgendwas läuft da. Irgendwas, das ist ein komisches Summen oder so. Da haben wir den einen Typen. Geht das noch höher vielleicht? Nee. Wo ist denn der jetzt hin? Ich glaube, das ist nämlich ein anderer Typ. Das ist nicht der schwer gepanzerte von vorne. Ja, ich höre ihn. Ja, Fisch muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Da ist er. Da ist er. Da ist noch einer, der kommt hier rüber. Zeig mal her, in dem Gebäude ist er wohl. Und da kommen wir auch direkt durch die Tür rein. Ich sollte warten. Mist. 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 Ich ziehe mich nochmal kurz zurück. Ja, 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 ja. Weg, 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 weg. Ich will hier nicht mehr auffallen als nötig. Das war jetzt schon zu viel. Wenn ich Glück habe, sind die nicht ins Haus gekommen. Wenn ich Pech habe, muss ich sie halt so erledigen. Nee. Sieht gut aus. Follow my marks. Okay, wir müssen ein bisschen warten jetzt, damit das oben rechts vorbei ist. Und dann folgen wir irgendwelchen Spuren von ihm. Ich mache hier mal einen Schnitt, weil das ist noch über eine Minute. Bis gleich. Okay, jetzt haben wir es gleich. Die Blitze haben angefangen. Genau, also er sagt, Nar ist hier überall. Ich kann dich hier nicht treffen. Folge meinen Markierungen. Ich muss da drüben rein. Ey, der bleibt da jetzt, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich hier noch anders in dieses Gebäude komme, weshalb ich es lieber jetzt auf direktem Weg hier versuchen möchte. Okay, wenn die sich jetzt nur da draußen aufregen, ist es nicht so schlimm. Oh, oh. Kommt hier gleich der schwarze Stalker. Oh nein, es ist das Gebäude da drüben. Haben wir hier nur so eine Skybridge, die rüberführt? Mist. Das war nix. Immerhin kommen wir hier vorne raus. Was? Also diese Entdeckungsanzeige ist manchmal noch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, das ist häufig ein Zeichen für mich, dass da jemand... Was ist denn jetzt? Schwarzer Stalker. Schroeder Stalker. Tschüss. Warum hast du zurückgebracht? Ei, ei, ei. Die müssen noch höher. Ey, wir haben den erledigt. Also, es ist noch nicht vorbei, ich weiß, aber... Hätte ich mir jetzt schwerer vorgestellt. Ich weiß nicht, was du? Was du an Tateiang? Schau dir mal aus. Du wunderschönst dich. Du wunderschönst dich. Du wunderschönst dich. Du wunderschönst dich. Was noch für Kräß? Das ist ein wunderschön. Ich weiß nicht, dass ich ihn viele Jahre alt finde. Kräß ist ein Wunderschön. Er 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 ist ein Wunderschön. Es ist ein Wunderschön. Er ist ein Wunderschön. Wir werden nicht mehr Zeit. Kann es ein Wunderschön? Wenn sie da ist. Er ist ein Wunderschön. Aber jetzt ist das nicht wichtig. Es gibt Fragen? Dann müssen Sie da. Ich schraue die Erinnerung, die der Kröse-Koroll begonnen hat. Du sagst, dass ich Kröse-Koroll, aber ich bin nur наблюдateter. Azenar ist sehr wichtig, dass ich внимательно beobachten muss. Tuh, Möschonk! Sie sind hier! Schöne! Er brenne die Dokumente. Durchsuche die Dokumente. Er brenne die Dokumente. Für dich das alles ist ein Spiel. Du denkst, dass jemand in die Zonung einst kann? Und schützt, was er. Die Dokumente. Die Dokumente. Du schützt mit ihm. Du denkst, dass du das? Oder nicht? Und Nars schützt auf die Dokumente. Ich denke, dass ich dich mit der Dokumente. Boah, wie geht's hier raus? Boah, ist das denn mit dem nicht in Ordnung? Okay, raus hier. Oh, sehr gut, ordentlich essen, super. Kommt, Leute, heute hauen wir mal einen raus. Dann sind alle sehr zufrieden. Jetzt haben wir auch tolle blaue Leuchten im Lager. Überfall beginnen. Teammitglieder versammeln drei von fünf Werkzeuge erhalten. Das ist halt noch so ein Ding. Ermittlungen durchgeführt. Ich weiß nicht, was es mit den Werkzeugen auf sich hat. Schauen wir eben. Ich hatte bisher auch nicht die Chance, irgendwo Werkzeuge einzusammeln oder eine Mission, die damit zusammenhängen oder so. Ich habe auch den Großteil aller Dinge gemacht und bin dann abgelaufen. Also entweder kommt das noch. Oder ich habe irgendwas Elementares verpasst. Ansonsten schaue ich hier gern nochmal. Das sind die üblichen Dinge. Einen Brenner haben wir. Wir haben auch das noch. Damit sind wir auch noch gut aufgestellt. Zeig mal her. So viel Zeug. So viel Zeug. Alles meins. Das ist das. Oba kohe-kohe und ich denke, dass wir uns umgekehrt haben. Plus, ich bin auch diese Drohne aus dem Nahr, mit denen du kämpfst. Sie haben mich mit den Nahr verletzten. Ja, was kannst du mir предложieren? Ich weiß, dass ich das Messe aufdolle und aufgeregt bin. Ich weiß, dass ich mich auf die Kräfte beschäftige, in jeder Kräfte beschäftige. Wie ist das denn, dass du mir interessiert? Aber wo ist das? Ach hier, die letzte Prüfung. Will seinen Arbeitgeber wechseln. Munition, Medikamente. Das geben wir ihr. Monsterjagd hierhin. Erforschen. Erforsch mal. So, ich weiß nicht, ob wir Tarakan hätten rekrutieren können, quasi, wenn wir auf seiner Seite gewesen wären, die Dokumente sofort verbracht hätten. Herr Brand. Hören wir mal, was der anzubieten hat. Ich vermute mal, dieser Saschko ist dann der vierte, den wir rekrutieren. Und wie gesagt, Tarakan könnte es sein. Kommen wir da auf die Schneller ran. Nein, das geht hier nicht runter. Ich frage mich, was da steht. Steht da Pripyat? Pripyat. Wie kommen wir denn da unten ran? Warte mal. Warte mal. Ich gebe es auf. Nein, geh weg. Wo geht es hier denn einmal höher? Oh, definitiv. Ja, was ist denn jetzt los? Das war das. Okay. Okay. Ich habe mich verlaufen, man merkt es vielleicht. Dann wollen wir mal. So, wie es aussieht, müssen wir ein bisschen im Bogen laufen. Weil sonst die Strahlung kommt. Und? 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 Boah, ich kann mich ganz schwer bewegen, nur. Ich muss mich schnell heilen. Ich sehe ihn leider überhaupt gar nicht. In der Ferne kann man nichts treffen tatsächlich, ganz merkwürdig. Da ist er. Das war viel zu knapp. Heieiei. Aber jede Menge Loot. Und immerhin ein bisschen Munition, die wieder reinkommt. Auf dem Dach, wie komme ich denn da hoch? Da. Da, da, da. Wollen wir erst mal die... Ne, warte mal, wir warten erst mal. Du hast zehn Minuten, um in den dritten Stock des Pripyatta Krankenhauses zu kommen. Ich beobachte dich, also keine Schummelei. Habe ich wirklich nur zehn Minuten? Wir haben nur noch eine Heilung. Boah, heftig. Junge. Ist alles frei. Nein, 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 Er ist ja auch schwer gepanzert. Aber in einem Gebüsch scheinen wir ja ganz gut versteckt zu sein. Das müsste eigentlich passen. Ich finde hier drin auch noch welche. Wo haben wir hier die Treppen? Ich bin echt gut. Ich bin echt gut. In welchem Planen? Du denkst, dass ich dir das? Warum? Weil du gekommen bist? Verwinden mich, dass ich die richtige Entscheidung mache. Ich will sehen, dass du nicht in den Moment wirst. Du brauchst mich ein Parkour-Trick. Das heißt, dass du das проверkern bist? Ja, wie heißt das? Das ist eine Verastachung. Was sollen wir denn machen? Wissen wir, was er will? Achso. Der Sound! Scheinbar. Sehr schön. Den haben wir. Wir haben hier alles abgeschlossen. Das bedeutet, wir verziehen uns. So, ein weiterer Typ, den wir jetzt natürlich füttern müssen. Das bedeutet, wir sind jetzt insgesamt zu fünft. Was schon recht viel ist. Warte mal, Olga, Michael, Oliver, Saschko und ich. Ja, doch. Aber wenn er gutes Training hat. Das, was du mich brauchst, ist ein Verständnis. Du bist in der Kurs? Das ist ein Verständnis. Das ist ein Verständnis, was man in der Lage ist, als wenn man in der Lage ist, zu spielen mit den Kriegern und mit den Kriegern? Okay, ich habe es verstanden. Das habe ich auch gesagt. Wir können uns gemeinsam helfen. Aber ich habe es in der Lage, das ist einfach ein zeitgekündigt. Wir sind nicht Freunde. Angler. Das ist ehrlich, meine Freundin. Ich bin sehr einfach so ein Mist. Das war ja. Wer hat dir diese Musik-ci? Seine T hit? Das war's für dich? Der WTF ist? Der Wanderer ist auch noch. Man sieht sich so aus. Nein. Aber es war in der Nähe, die Fälle nicht. Das haben wir uns helfen. Ich habe ein Stück. Das war klar. Das ist eine Geschichte. Du sagst, du ischst jemanden? Kого? Das ist natürlich nicht dein zweites Problem. Aber wenn du schon über die Hoffnung hast, dann erzähl ich dir. Ich suche своего Brata. Ich habe ein paar Fragen zu ihm. Okay. Okay, wir sprechen später. Also er sucht seinen Bruder. So, schauen wir mal. Uns geht es nicht so super gut hier. Aber die haben ein bisschen was gefunden. Leider gar kein Essen dabei. Auch die Pilze, aber... So, schauen wir mal. Wir haben 29,9 gelagert. Ja, das musste leider so sein. Ich bin der Chef. Ich esse mehr. Punkt. Psycho hat sich natürlich nicht verbessert. Beruhigungssalze. Und heilen müssen wir uns auch. Ich glaube aber vorher... Strahlung vernichten. Und definitiv neues Zeug herstellen. Ach, warte mal. Haben wir denn genug Betten? Ja, das passt. Alles voll. Welche erfreuliche Nachricht. Wir haben von allem reichlich. Ähm... Okay, das bedeutet, er bekommt... Das hier ausrüstungsmäßig... Lassen wir ihn jetzt erstmal so... Wir brauchen aber definitiv mehr Munition. Werkstation. Werkstation. Ah ja, hier haben wir die Rüstung. Schwere Rüstung. Taktische Rüstung. Was tragen wir denn jetzt gerade das Ding? Ich hab nicht den Eindruck, dass das funktioniert, ehrlich gesagt. Das war mein einziges Ziel. Ah, er hat schon eine... Okay. Dann geben wir die Olga. Habt ihr frischen Fisch? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe nicht, wenn ich das letzte Mal verweite. Das war's. Ich weiß, dass ich das maldruck aus dem Fisch oder die Kru oder die Kru. Ich habe noch eine Bütze von Scherdanet, um zu spüren. Und dann, um, nicht zuh. Ich weiß, dass wir das in der Zelle nicht mehr können, sondern zuhren. Aber wie ist es nicht? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Es hat mehr Geld in der Rationen. Es ist interessant, dass du über die Röne erwähnt hast. Als ich auf die Schornobylskaisen aufwärtsst, dann haben die Röne gesagt, dass KGB in den Röden rädiert. Ja, und die Röden röden röden? Ja, großartig! Und sofort war sie mit einem Strönnzen, 90. Ich habe sogar nicht mehr in der Röden. Ich würde sogar jetzt nicht riskieren, um sie in der Röden zu vermitteln. Wahrscheinlich wird es mit Konzerren. Ja, aber nicht nur bei dir. Dann machen wir es jetzt so. Okay. So, warte mal, sein Training. Was hat er denn? Du läufst deutlich schneller und landest sicher aus jeder Höhe. Deine Gesundheitsleiste wird um drei Punkte erhöht. Die Schrotflinte fügt Gegnern. Du läufst deutlich schneller. Okay. Deutlich schneller. Ja. Hallo, partner. Die Aufgabe ist es, um in den Labyrinth zu finden, und zu finden, wie viel schneller zu finden. Nur erst einmal müssen wir uns wiederholfen. Wir müssen uns wiederholfen und versuchen wir uns nicht wiederholfen. Los geht's? Wir beginnen! Nehmen wir den Stolz! Komm! 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 Easy. Ähm, hier genau. Haben wir dennoch ausreichend... Genau die drei haben wir, glaube ich, noch. Ich glaube, wir hatten vier insgesamt übrig. Und das Laufen hat nur einen verbraucht. Und das Laufen ist, wenn du zurückstabst, wenn du zurückstabst. Oder du in der Küche oder in der Küche. Einmal reflektoren können, wenn du zurückstabst. Nicht буквально, natürlich. Aber gefährlich ist es. Ich werde dich nicht mehr überlegen, mein Pes. Erstens, schau dir das mit dir. Schau dir das mit dir. Schau dir, wie alles dein Leben verletzt wird. Schau dir das mit dir. 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 Und schau dir das mit dir. Und du hast es, dass ich nicht verletze, dass ich nicht verletze. Das war's für heute, Igor! Okay, danke. So, jetzt haben wir noch Reflexe dazu bekommen. Sehr schön. Mehr Punkte haben wir jetzt leider auch nicht. So, schauen wir mal. Wir haben ausreichend Strom. Es ist scheinbar vom Komfort her angenehm. Jeder hat ein Bett. Jetzt will ich nichts mehr hören hier. Ich habe eine Minute, Partner. Ich habe eine kleine Beleidung. Das ist das, um die Sonne zu verbreiten. Ja, das ist eine gute Sache. Aber ich muss, dass du ein Plastit hast, das seit dem Operativen mit Radar-Dug. Ich glaube, das ist das Ziel. Das könnte das Werkzeug sein. Radaraduga. Zeug mal her. Zeug für echte Männer. Definitiv Lebensmittel. Munition. Medikamente. Mehr Leute. Mehr Loot. Okay, dann holen wir das mal. Ich vermute mal, das wird ein Teil von dem sein, was sich da Werkzeug nennt. Ich habe immer gesagt, dass in dir ist, Prof. Hemenuk. Nur bitte bemerksam, mein Lieber. Einmal du helfen kannst, aber dann wird es für ihn zu helfen. Hemenuk. Hemenuk. Kommt der denn plötzlich hier? Oh, direkt am Spawnpunkt. Da drüben ist er. Ich kann nicht sagen, ob der schwer gepanzert ist oder nicht. Da ist sogar noch einer. Ei, ei, ei. Alle schwer gepanzert. Okay, das war der andere. Typ. Irgendwie dachte ich, der wäre nach da gelaufen. Aber da geht es nicht sehr viel weiter. Deshalb wird er das schon sein. Läuft es deutlich schneller. Kann ich jetzt irgendwie nicht behaupten. Oder? Ach, rennen vielleicht. Ah ja doch, das macht er definitiv schneller. Oh, ne, 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 ne. Große Straße, da haben wir einen Schatten. Wie komme ich an dem vorbei? Sieht ganz gut aus. Was ist das? 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 Ist der da oben drauf, oder was? Oh. Da ist er. Ja, vom Lärmfaktor ist das schon ein krasser Unterschied mit der Rüstung. Das ist der Typ, aber wir brauchen nichts. So, wir müssen hier rein. So, wir müssen hier rein. Da haben wir seinen Sprengstoff. Wir müssen hier rein. 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 Aber ja, vermutlich wären die Ratten dann doch eher in unmittelbarer Umgebung, oder? Ja, und das mit den Beziehungen zu den Leuten, also das ist mit Olga jetzt schlecht. Ich habe nicht so den Eindruck, dass es irgendwie Momente gibt, in denen das relevant ist, ne? Wir müssen hier rein. 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 Oh oh, der schwarze Stalker ist gleich wieder da. Oh, der schwarze Stalker ist. Ja, danke. Und wie unpassend der Moment ist. Oh oh. Ja, hier kann ich auch nicht durchschießen. Wo muss ich denn hin? Oh, dann. Kann durch Gebüsche nicht durchschießen, so wie es aussieht. Boah, ist das nervig. Boah, raus hier. Nee, also wie ich schon mehrmals gesagt habe, ein Shooter ist das einfach nicht. Man kann nicht durch Gebüsche schießen, offensichtlich, so wie es aussieht. Oder wenn man ein bisschen zu nah an einem Baumstamm ist oder so. Das ist darauf nicht ausgelegt. Das ist halt doch eher ein Stealth-Spiel mit Erkunden und Herausfinden. Aber gut. Ja. Ja. Okay, das ist gerade noch mal gut gegangen. Immerhin haben sie ein bisschen Krempel mitgebracht. Das nehmen wir einmal an. Wir müssen dringend heil sein, bei uns zu herstellen. So, zeig mal her, was haben wir denn? Wir sind ein bisschen verstrahlt. Genau, die haben wir da drüben. Sehr gut, okay. So, das holen wir rein. Das passt soweit. Das sieht gut aus. Das nehmen wir mit rein. Die Triche, okay. Heieiei. Gut, wenn jetzt nicht noch was kommt... Ganz kurz. Finde mich da unter. Iger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.